Und was jetzt? Na klar! Hallo! Willst du mitspielen? Dann komm! Da! Dibbi Dibbi Dab Ups! Hallo! Hallo! Ha ha! Hm... Autsch! Schlumperfix! Hm... Ich hab's! Hopp! Hm? Hm? Hm... Hm? Was ist denn das? Hm? Ha ha ha! Aha! Ein Seil! Hopp! 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 Ha ha! Hm... Hm? Na klar! Ha ha ha! Ha ha ha! Und dann Knoten! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Hui! Dibbi Dibbi Dab! Ja! Ein Ball! Hihi! 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 Na klar, das ist doch ein Maulwurfshügel. Hallo Maulwurf, mein Wall ist in dem Loch da. Kannst du mir helfen? Hallo Schmetterling! Hatschi! Hallo Maulwurf, was ist los? Tun dir die Hände vom Buddeln weh? Na klar, ich hab da was für dich. Ja! Dibidibidab! Schönen! Ah, ich hab's. Hui. Gibbe, gibbe, gibbe. Oh. Hallo Kätzchen, komm doch runter. Komm. Ach so, du hast Angst. So geht's. Autsch. Ah. Komm Kätzchen, jetzt geht's. Gibbe, gibbe, gibbe. Was ist denn das? Hm? Ah, ein Seil. Hopp. Hui. Hallo Igel. Schlumperfix. Hm. Ah, na klar. So. Hey, willst du mitspielen? Hui. Gibbe, gibbe, gibbe. Hallo Kikaninchen. Hallo Christian. Hallo Christian. Hallo Christian. Ha, ha, ha. Hm? Hm. Hopp, hopp. Oh. Du hast ein Geschichtenkissen dabei. Dann hast du bestimmt Lust auf eine Geschichte, hm? Ja, klar. Hey. Oh. Also, welche Geschichte möchtest du hören? Hm, eine Geschichte mit einem Krokodil. Mhm. Und einem Affen. Mhm. Und einem Elefanten. Und einer Giraffe. Geht das? Klar geht das. Wir denken uns einfach eine Geschichte aus. Also, in Afrika lebt ein kleines Krokodil. Er spielt am liebsten im Verstecken mit seinen drei Freunden. Die drei Freunde sind... Der Affe. Mhm. Ein Elefant. Mhm. Und die Giraffe. Richtig. Die Freunde spielen also Verstecken. Kann ich auch mitspielen? Na klar. Und du darfst auch mitspielen, wenn du willst. Der Affe muss suchen und wir suchen mit. Zuerst schließt der Affe die Augen und die anderen Tiere verstecken sich. Der Affe ruft. Ich komme. Zuerst kommt der Affe zu einem Baum. Wer versteckt sich denn da? Ist das vielleicht das Krokodil? Nein. Der Elefant. Der Elefant. Der Affe hat den Elefanten gefunden. Und weiter geht die Suche. Wer versteckt sich denn bei einem Busch? Denkt der Affe. Ist das vielleicht der Löwe? Nein, nein. Das ist doch die Giraffe. Stimmt. Wer fehlt noch? Das Krokodil. Der Affe sucht und sucht und sucht. Aber er kann das Krokodil nicht finden. Die anderen Tiere müssen einfach mithelfen. Genau. Die anderen Tiere helfen mit und suchen überall. Aber das kleine Krokodil bleibt verschwunden. Langsam wird es dunkel und die Giraffe, der Elefant und der Affe machen sich Sorgen, ob sie das kleine Krokodil überhaupt noch finden. Wir müssen das Krokodil aus einem Versteck herauslocken, sagt der Elefant. Aber wie, sagt der Affe. Hast du vielleicht eine Idee? Wie können die drei das Krokodil herauslocken? Mit einem Schinkenbrot. Das Krokodil isst gerne Schinkenbrot. Du meinst, das Krokodil kann man mit einem Schinkenbrot aus dem Versteck locken? Ja. Die Tiere legen ein dickes Schinkenbrot vor einem großen Felsen. Und tatsächlich, das Krokodil kommt hervor und schnapp, schnapp, schnappt sich das Schinkenbrot. Gefunden. Das war die Geschichte von seinem Krokodil, das ich gerne versteckt und gerne Schinkenbrot empfieh. Na nun, wo ist denn die Kaninchen? Hat er sich etwa versteckt und möchte jetzt auch ein Schinkenbrot? 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 Das ging aber schnell vorbei, musste ich jetzt schon gehen. Dann sag ich schnell, schnapp, 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 schnapp. Hey, wir sehen uns wieder, wir tanzen, spielen, singen Lieder. Das Krokodil, das kinkst so platz und machen ganz viel quatsch. Kika, Kika Mienchen, Kika, Kika Mienchen. Dibbi Dibbi Dab Dibbi Dibbi Dab Dibbi Dibbi Dab Dibbi Dibbi Dab Dünne Kille, Dasi Danja, Adios und Tschö Sayonara, Jakob, Chau, Bye Bye und Adjö Kika, Kika Minchen Kika, Kika Minchen Dibbi Dibbi Dab Dibbi Dibbi Dab Dibbi Dibbi Dab Dibbi Dibbi Dab Dibbi Dab Dibbi Dibbi Dab Dibbi Dibbi Dab Dibbi Dab Dibbi Dab Hallo Schoenara, Jakob, Chau Schmetterling. Hatschi! Huch! Ach du warst das! Nochmal! Los geht's! Und noch mal! Dibidibida! So! Yum, yum, yum! Und was jetzt? Na klar! Hui! Hallo! Willst du mitspielen? Dann komm! Boom! Da! Dibidibidab!